Guten Tag und herzlich willkommen zur PK vor unserem Auswärtsspiel beim 1. FC Union Berlin. Das Topspiel am Montag um 20.15 Uhr. Dr. Jochen Drees pfeift das Spiel und wir nehmen 1400 Klubber da mit. Ich begrüße Michael Kölner an meiner Seite und gebe ab an euch für eure Fragen. Wer mag anfangen? Hans Böller von den Nürnberger Nachrichten. Eine Mannschaft gefunden, Herr Kölner, die in einer schwierigen Situation gewonnen hat. Jetzt haben Sie aber zusätzliche Optionen, Mühl, Bärens. Inwieweit wird es denn Veränderungen geben? Ja gut, das müssen wir mal hinschauen. Also wie gesagt, wir haben ja nur zwei Trainingstage. Wir haben jetzt zwei Tage frei gehabt, sind gestern eigentlich super wieder reingekommen ins Training. Und da haben wir heute Vormittag eine sehr gute Einheit gehabt. Und da müssen wir mal schauen, wie die Dinge jetzt auch für Union Berlin, was wir vorhaben, welche Spieler das umsetzen können. Und da werden wir dementsprechend auch die Auswahl treffen. Uli Dickmeier, Enzett. Sie hatten ja schon prophezeit, es wird ein anderes Spiel in Berlin als gegen Bielefeld. Was war denn so der Schwerpunkt auf der Taktiktafel in der Woche? Ja gut, ich kann gleich alles offenlegen, wo wir hinspielen wollen und wie wir es machen wollen. Ich denke, dass grundsätzlich der Gegner wird ein anderer sein. Da tritt eine super Mannschaft gegen uns an. Das muss man einfach sagen mit der Rückgründenbilanz, die es jetzt Union hat, aber nichtsdestotrotz wollen wir natürlich schon auch zu Punkten kommen in Berlin. Wir wollen uns eine gute Leistung abliefern und da lag in erster Linie mal der Schwerpunkt drauf. Also Union Berlin spielt sicherlich jetzt in seiner Formation gefestigt. Man sieht ja, da spielt eine Stammformation schon jetzt über Wochen und da wissen wir, was wir uns erwartet. Und da müssen wir schauen, dass wir da das System von Union gut bespielen können und selber aber auch nach vorne Akzente setzen, dass wir auch zu eigenen Torchancen kommen, um am Ende dann auch etwas Erzählbares mit nach Hause zu nehmen. Wie viel Verrücktes muss Ihre Mannschaft machen in Union Berlin, um den näheren Lauf zu brechen? Ja, ich hoffe, wenig Verrücktes, viel Klares. Ich glaube, da musst du sehr klar sein im Spiel. Das ist eine Mannschaft, wie gesagt, die spielt ein brutales Gegenpressing. Auf das müssen wir uns auch einstellen. Ich bin auch eine Mannschaft, die aus ihrem System, wie gesagt, in der Zentrale mit Fürstner und Groß letztendlich schon einen Takt geben in dem Spiel haben. Und da geht es ja darauf, denen die Spielweise zu unterbinden und unsere eigenen Stärken zum Tragen zu bringen. Aber verrückt, glaube ich. Also müssen wir da nichts machen. Aber die Dinge, die wir uns vornehmen, sind, wie gesagt, schon der Schwerpunkt jetzt auf, dass wir uns vom ersten Tag an gut vorbereiten können. Wir müssen die Dinge auch klar im Kopf haben und am Montag am Abend auf den Platz bringen. Rurik Gislason trainiert wieder mit. Wäre er schon eine Option für die Anfangself oder wäre das noch zu früh? Nein, der ist fit, Rurik. Also wie gesagt, von dem her ist es jetzt halt, sind alle, die heute Vormittag auf dem Platz waren. 22 Spieler sind einsatzfähig, alle halten die Belastung aus und müssen wir schauen, wie gesagt, was sich anbietet für Montag. Hans Böller? Tor steht Raphael Schäfer, ist das sicher oder ist Thorsten Kirschbaum so weit, dass er eventuell könnte? Nein, also Thorsten fällt definitiv aus noch. Wir wollen auch, in den Sachen machen wir keine verrückten Dinge, sondern Thorsten soll fit werden, soll sich Zeit dafür nehmen. Jetzt ist eine anschließende Länderspielpause und ich denke, dass dann die Tage hoffentlich dann auch ihm gut heilen werden, dass es dann im Bauch alles wieder zur Ruhe kommt. Und wir haben einen starken Vertreter, der hier Jahrzehnte das Tor geprägt hat. Von dem her haben wir keinerlei Bammel, in der alten Försterei mit Raphael Schäfer aufzulaufen. Also das ist für uns, nehmen wir es an, wie es ist. Martin Funk, Bild Nürnberg. Die Fans hassen Montagsabendspiele, weil es auch natürlich eine blöde Anschlusszeit ist. Wie ist es mit dem Trainer, größere Aufmerksamkeit, Live-Spiel, Fernsehen? Ja gut, also die Aufmerksamkeit interessiert mich jetzt mal nicht so in erster Linie. Ich glaube, es ist für Mannschaft und Trainer schon eine Herausforderung. Also unabhängig jetzt, weil es ist 20.15 Uhr, da muss die Spannung jetzt am Abend hinbringen, da muss die Abläufe am Tag so gestalten, dass die Spieler nicht irgendwo in ihrem Hotel verzweifeln, sondern dass die wirklich am Abend mit voller Lust um 20.15 Uhr auf dem Platz stehen. Und die Kulisse drumherum ist natürlich schon top. Also wie gesagt, aber ich glaube, das wäre jetzt auch am Freitagabend an der alten Försterei auch nicht viel anders. Ich denke, Flutlichtspieler jetzt mit den Zuschauern im Rücken, die fair sind dem Gegner gegenüber, da freuen wir uns drauf. Und wie gesagt, wir müssen halt alles dafür tun, dass wir am Montagabend um 20.15 Uhr in der Top-Verfassung sind. Nein? Keine Fragen mehr. Dann danke ich fürs Kommen, wie immer. Bis Montag in Berlin. Dann danke ich fürs Kommen. Natürlich ist das Kommen. Vielen Dank.